Ja und so und herzlich willkommen zu FuzzyTV oder keine Ahnung wie ich das Ganze hier nennen soll. Heute möchte ich mal einen meiner Bildschirme vorstellen, der mir freundlicherweise von BenQ zur Verfügung gestellt wurde. Und eigentlich muss ich dazu sagen, das Ganze schon seit 3-4 Monaten nach der Gamescom war es schon da. Und ja, und ich sitze jetzt da, wir haben Ende des Jahres und ja, so kriege ich nie mehr Sachen gesponsert. Also, ja, brauche ich auch kein Video mehr machen, oder? Also, ciao! Ja, okay, okay. Sorry, Leute. Also, machen wir ein Video. Und zwar zu diesem Bildschirm da hinten, den man hier sieht. Ich bin noch so ein bisschen im Umzugstress. Es ist jetzt nicht das mega professionelle Video. Ich wollte eigentlich so richtig geil, so mit Kamerafahrt und so Zeug machen, aber leider fehlen mir da noch so ein paar Utensilien und das Ganze Zeugs. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal so ein Video. Ich rede einfach ganz normal über den Bildschirm, den ihr hoffentlich so ein bisschen im Hintergrund sieht. Der da hinten, um den geht es heute nicht. Und zwar, ja, wurde ich angeschrieben von BenQ, ob ich ein Bildschirm testen möchte und den vielleicht meinen Zuschauern oder anderen Gamern auch etwas näher zu bringen. Und ja, hier steht das gute Stück. Riesig an sich ein großes Teil. Ja, okay, es geht. Es geht. Sagen wir es so. Riesig ist die Verpackung. Dadurch, man sieht es jetzt vielleicht im Video nicht so gut, es ist ein Curved Monitor. Der Monitor nennt sich BenQ X oder EX3203R, wobei das R, denke ich mal, vor die Rundung steht, für die Krümmung. Und deshalb war das Paket auch so riesig. Ich habe so gedacht, ich habe mir erst vor kurzem diesen eigenen Bildschirm gekauft. Und der ist halt, keine Ahnung, so hoch von der Verpackung und der von BenQ so ein Teil. Kommt halt wegen der Krümmung. Kommt auch richtig geil in der Ecke eigentlich. Und ja, ich möchte jetzt nicht mega darüber reden, was für ganze Daten, sag ich mal, der Bildschirm hat. Ich kann so ein paar Standardpunkte mal sagen. Und die anderen Sachen könnt ihr gerne unten in der Videobeschreibung mal reinschauen. Ich mache da einen Link zur Seite von BenQ. Da könnt ihr dann alle Details nochmal alle hier durchschauen. Da wird das alles schön aufgelöstert. Falls ihr den Preis wissen wollt, als ich ihn bekommen habe, war er so bei 590, ich glaube derzeit so 550. Aber dadurch, dass es hier ein Internetvideo ist, das man jederzeit schauen kann, schaut einfach mal unten in den Amazon-Link rein. Das ist ein Affility-Link. Das heißt, ich kriege ein paar Prozent als kleine Unterstützung, falls ihr da was kaufen möchtet über diesen Link. Schaut da rein, weil da einfach, sag ich mal, so relativ der aktuellste Preis natürlich ist, wenn jetzt einer herkommt und im Sommer 2019 das Video schaut, wo das Video dann schon ein halbes Jahr alt ist. Könnte ja vielleicht ein bisschen billiger sein. Vielleicht ist ein Nachfolgemodell reingerutscht und dadurch ist er billiger geworden. Keine Ahnung. Aber gehen wir mal zu den, ich sag mal, groben Daten. Ja, im Hintergrund seht ihr so ein bisschen mal ein Video laufen. Ähm, der erste große Punkt natürlich, wo die Leute jetzt vielleicht gleich abschalten, das ist ein 2K-Monitor, äh, der hat mit, wie waren das bei 2K, 2560x1044 Pixel. Und zwar, wenn jetzt alle Leute sagen so, oder ein paar Leute sagen so, äh, was 2K, ich kaufe nur 4K, wenn ich schon sowas Teures kaufe, dann möchte ich mal sagen, bleibt dran. Das ist ganz cool, es läuft gerade auch ein 4K-Video eigentlich und, äh, mit der Playstation 4 Pro habe ich es eben gemerkt, man kann bei der PS4 Pro nur 4K einstellen. Da habe ich mir auch so gesagt, so, hm, das ist ein bisschen kacke, oder? Aber nein, der Bildschirm funktioniert trotzdem perfekt, nämlich tut er intern irgendwie, denke ich mal, auf 2K runterrennen und kann somit ein 4K-Signal, äh, sag ich mal, anzeigen oder bearbeitet anzeigen. Ihr habt dann kein wirkliches 4K, aber ihr habt dann halt, sag ich mal, trotzdem 2K. Falls die jetzt die Leute sagen, wir haben 4K und ich sag mal so, 4K ist schon eh noch so, finde ich noch ein bisschen so Zukunft, würde ich jetzt mal sagen. Äh, so wie früher damals kam ja das HD raus und das war ja eigentlich zuerst immer nur 720p, irgendwann kam dann 1080p und so stelle ich mir, denke ich mal, das auch bei 2K und 4K vor. Das heißt, dass er schon 2, 3 Jahren vielleicht 4K erst so richtig läuft oder jetzt mal ganz ehrlich, wer hat zu Hause, wer schaut Videos oder spielt Spiele in 4K konstant? Also, ja, ich zumindest mal noch nicht. Ähm, ja, die Größte, ja, im Video kommt es jetzt ein bisschen blöd rüber, er hat 32 Zoll bzw. 31,5 Zoll. Äh, es wird beschrieben, dass er 80 Zentimeter in der Diagonalen hat. Ja, 32 Zoll ist 81,28 Zentimeter. Ho, ich bin so schlau. Bin so schlau, Google zu fragen. Ja, ähm, ne. Okay, also 31,5, man sagt halt immer standardmäßig 32 Zoll. Äh, es ist ein QHD-Monitor oder WQHD-Monitor, das heißt eben diese 4K mit 2560x1440 Pixel. Und, ja, ich sag mal, die anderen Daten, wollte die wirklich alle wissen. Ich meine, das sind schon viele, was er hat. Mit Kontrast der Geier und, keine Ahnung was, Helligkeit 400cdm hoch 2, native Kontrast 3000 zu 1. Der Blickwinkel, was ich ziemlich cool finde, von oben, unten bzw. links, rechts sind 178 Grad. Das heißt, ich kann quasi fast neben dem Monitor stehen und noch alles perfekt sehen. Ist heutzutage ein relativer Standard geworden eigentlich. Man muss so ein bisschen dazu sagen, früher war das immer mal so, wenn wir so ein bisschen mit einem Kumpel an einem PC gezockt hatten und man saß so ein bisschen daneben, dann hat es so die Farben so ein bisschen verfälscht oder so. Bei dem jetzt zu 99% sagen wir mal nicht. Weil, wie gesagt, 180 hat er nicht, aber bei 180 Grad sieht man ja eigentlich nichts mehr. Ja, Reaktionszeiten bin ich jetzt ein bisschen skeptisch, weil ich habe so mehrere irgendwie im Internet gesehen. Einer hat ein Video gesagt mit 1ms, irgendwo habe ich was mit 2ms gesehen. Auf der Herstellerseite steht was mit 4ms. Wobei ich sagen muss, 4ms finde ich noch vollkommen im Rahmen. Ich meine, viele Leute gehen auf 2 oder sogar 1ms oder so, aber, ja, merkt ihr wirklich einen Unterschied zwischen 2ms oder 4ms? Ist so, ja, ein bisschen schwierig. Ein großer Punkt natürlich. Dieser Bildschirm hat keine 60 Hz, sondern 4, 44, ja genau, nee, 144 Hz. Sorry für den Versprecher. Das Ganze heißt, also ich habe mir am Anfang immer gedacht, so, was sollen die Herzzeilen? Alle sagen immer so, früher so, boah, Counter-Strike, so, das läuft bei mir mit 200 Frames. Ja, und damals gab es vielleicht einen 50-Herzen-Monitor, was ja total gar nichts genutzt hat. Für die Leute, die das noch nicht so ganz kapieren ist, es gibt einen Unterschied, wenn ihr sagt, mein Spiel läuft jetzt auf, ich sage es mal, 100 Frames, dann gibt die Grafikkarte 100 Bilder in der Sekunde raus. Aber euer Bildschirm kann das Teil, also die meisten Bildschirme, wenn es jetzt kein aktueller ist, können das gar nicht eigentlich anzeigen, weil sie eben diese 50 oder 60 Hz haben. Und das besagt halt, dass der Bildschirm, beziehungsweise dieser Bildschirm jetzt 144 Frames oder Bilder in der Sekunde anzeigen kann. Ja, also, wenn ich jetzt ein Spiel spiele mit 200 Bildern in der Sekunde, von der Grafikkarte aus gesehen, dann zeigt mir der Bildschirm nur 144 an. Es gibt dann noch so, wenn ich mal so zwischen reingehe, noch ganz cool das Freezing 2.0, wobei ich selber sage, kann ich in der Hinsicht eigentlich leider nicht richtig nutzen, weil ich keine AMD Grafikkarte habe. Das ist leider ein bisschen schade, aber ich finde, bis jetzt habe ich es auch gar nicht gebraucht. Und vor allem, wenn ich auch viel auf der Konsole spiele und da eh alles so relativ konstant auf 60 Frames läuft und da man eigentlich nicht unbedingt so großartige Bildrateneinbrüche hat, da geht es eigentlich. Ja, dann natürlich ganz normal 16 zu 9, das Bildformat, wie auch immer, 16,7 Millionen Farben. Ja, fangt man an, die alle aufzuzählen. Und ja, dann wie gesagt, ich weiß nicht, ich brauche jetzt nicht alles aufzählen. Er hat ein mega krasses Menü drin, wo ich selber so denke, okay, die Hälfte, keine Ahnung, was die mir bringt. Mega geil an sich, HDCP-Standard hat er drin. Er hat, ja, dann sowas wie Super Resolution, Super Auflösung, okay, alles klar. Vielleicht ist das auch, also ich habe mich jetzt da nicht so mega informiert, vielleicht ist das sogar eben dieses Ding, das er eben 4K-Anzeige, also 4K aufnimmt, aber er hat in 2K wiedergibt. Ich weiß es nicht. Was ziemlich geil ist. Ein paar richtig coole Sachen hat er nämlich. Und zwar ist zum Beispiel sind die Anschlüsse. Er hat zwei HDMI-Anschlüsse, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Doch, zwei. Er hat einen Display-Port und ein USB-Typ C. Ganz cool, also man hat mehrere Möglichkeiten, Sachen anzuschließen. Was ich halt eben auch zum Beispiel gerne mache, ich tue ja auf meinem PC aufnehmen und ich habe meine Konsolen da dran, aber ich kann eben über einen HDMI-Switch kann ich halt zum Beispiel direkt auf den Bildschirm gehen und dann darüber noch zocken, ohne den PC anzumachen, sonst muss ich immer einen PC anhaben. Und das ist eigentlich ganz cool, dass man eben zum Beispiel zwei HDMI-Slots hat, beziehungsweise Display-Port, wobei Display-Port dann eher von PC. Der USB-Typ C steht auch fett drin. Man kann Bild und Ton damit übertragen. Da habe ich mir am Anfang auch gedacht, okay, krasse Sache, was bringt mir das? Ja, dann habe ich mich einfach mal so ein bisschen darüber informiert. Und zwar kann man zum Beispiel ganz easy ein MacBook zum Beispiel anschließen und dann den als Bildschirm nutzen. Hätte ich mal gerne ausprobiert. Leider habe ich halt kein passendes Kabel da, weil ich noch ein bisschen älteren habe vom MacBook und eben noch die großen USB-Anschlüsse habe. Und ich habe halt nur USB-C auf C, diese kleinen, leider da. Wobei ich mir das halt auch einfach anstelle, einfach ran und los geht's. Werde ich auch demnächst mal probieren, wird sicherlich ganz cool. Und ja, sonst große Punkte. Ja, kann Spannung von 100 bis 240 Volt verträgt der Ganze. Ich meine, wenn er mal kurz nach Amerika geht oder so, bräuchte er einen Adapter. Aber der wird perfekt funktionieren. Ansonsten noch ein cooles Gimmick wäre natürlich, man kann ihn auch schön verstellen. Ich habe mir jetzt eben so ein bisschen hingestellt, dass er ja zu dem anderen Bildschirm relativ gut ist. Man kann sechs Zentimeter in der Höhe verschieben und halt man kann noch ein bisschen neigen nach vorne und natürlich noch ein bisschen nach hinten. Ist ganz cool, wenn man irgendwie ein bisschen niedriger, höher sitzt oder so, dann kann man ihn trotzdem noch richtig geil einstellen. Er hat eine richtig geile HDR-Funktion. Wobei das jetzt ein bisschen schwierig ist zu zeigen, oder? Ich kann mal ein HDR kurz einmachen. So, einen Moment. Nein, das war die Helligkeit. So, und zwar kommt man eigentlich relativ schnell rein, wenn man den richtigen Knopf drückt. Und zwar, ja, man sieht es jetzt vielleicht, es gibt noch Kino-HDR und HDR. Ich mache jetzt einfach mal HDR mit ein, lasse es mal so ein bisschen laufen. Ist natürlich ganz cool, bringt nochmal mehr Kontrast, mehr Farbpracht rein. Eigentlich ganz cool. Und ich habe es jetzt halt eben mal ausgehabt, weil ich eben das mal so ein bisschen zeigen wollte. Was ich persönlich aber auch richtig geil finde, ist diese Eyecare-Technologie, sage ich jetzt mal. Da gibt es natürlich noch so ein paar, so mit Flimmerfrei und Low-Blue-Light-Technik oder so. Die benutze ich nicht, aber es gibt eben was, wo ich jetzt noch nie auf dem Schirm hatte. Sage ich ganz ehrlich, man hat es seit Jahren auf dem Handy, aber so auf Bildschirm oder so. Okay, ich habe jetzt vor kurzem noch einen Fernseher gekauft. Der kann das auch. Und zwar kann dieser Bildschirm, ich habe es jetzt gerade wieder ein bisschen ausgestellt, weil sonst wäre er jetzt ein bisschen dunkler, kann die Helligkeit automatisch, sage ich mal, verändern. Je nachdem, wie ich jetzt das Licht ausmache, dann wird er ein bisschen dunkler, damit er nicht so strahlt. Ist an sich ganz cool. Wobei ich dann selber sagen muss, zum Zocken ist dann so, wenn man im Dunkeln zockt, finde ich, dass er ein bisschen zu dunkel wird. Oder jetzt nicht zu dunkel, aber halt natürlich, wenn er dunkel wird, kommt halt eben diese Farbpracht nicht mehr so gut rüber. Deshalb ist immer so eine Sache zum Arbeiten, wenn ich abends was schneiden tue oder so. Ich mache nicht viel mit Color-Correction-Zeugs oder so. Da finde ich es ganz geil. Aber ansonsten, ja, jetzt habe ich doch noch relativ viel über die Daten geredet. Ja, an sich ein geiles Teil, gefällt mir sehr. Man geht immer so in den Laden. Also, wer noch keinen Curved-Bildschirm oder Fernseher hat, denkt immer so, steht so vor den Dingern und denkt so, hm, keine Ahnung, man weiß halt nie so richtig. Was ich eben bei denen so geil finde, ist halt wirklich, auch natürlich, was ich schon oft gesehen habe, war glänzende Curved-Monitore, wo ich dann selber sage, glänzende ist halt immer so eine Sache. Man sitzt halt da, also ich sitze dann so da, zockt, irgendwo im Hintergrund ist irgendwo, keine Ahnung, ein rotes Lämpchen, weil irgendwas auf Standby ist oder so. Und das hat man dann halt immer im Bildschirm, weil das immer reflektiert. Das Geile ist bei ihm, jetzt sieht man es natürlich schlecht, aber er ist halt eben matt, also nicht glänzend. Das heißt, ich sehe im Hintergrund nicht irgendwelche leuchtenden Sachen reflektieren, was ganz geil ist. Ich habe einen Arbeitskollegen, der hat ewig nach einem gesucht und hat halt immer gesagt, alle Curved-Monitore, wo ihr anschaut, die sind halt glänzend. Er ist zum Beispiel auch matt, auch ganz cool. Und wie gesagt, mir gefällt halt extrem, was heißt extrem, so ein bisschen auch dieser Helligkeitssensor, wo ich mir denke so, seit Jahren im Handy drin. Aber nun gut, ja, geile HDR-Fähigkeit und auch so an sich eigentlich ein richtig geiles Teil. Ich finde es mega geil im Videoschnitt so, da hat man so seine Timelines und die sind halt so leicht gekrümmt. Ich finde es so beim Zocken, ja, wenn man sich ein bisschen mehr vertieft oder nicht mehr so darauf achtet, dann fällt es gar nicht so auf. Aber gerade beim Arbeiten oder so, sieht es schon geil, noch so ein bisschen so eine leichte Kurve drin zu haben. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es nicht sehr professionell war. Und ja, bis dahin wieder schauen und reingehauen.